Deutsch lernen 50 Sätze mit dem Konnektor, sondern Teil 1. Ich spiele nicht Fußball, sondern Basketball. Sie haben nicht den blauen, sondern den roten Pullover gekauft. Er geht nicht ins Kino, sondern ins Theater. Wir essen keine Pizza, sondern Pasta. Du liest nicht Romane, sondern Sachbücher. Das ist nicht mein Fahrrad, sondern das meiner Schwester. Der Hund bellt nicht, sondern wedelt mit dem Schwanz. Ich mag nicht den Sommer, sondern den Herbst. Sie spricht nicht Französisch, sondern Italienisch. Er trinkt nicht Kaffee, sondern Tee. Nicht der Junge, sondern das Mädchen gewinnt den Wettbewerb. Nicht der Vater, sondern die Mutter kocht das Abendessen. Nicht der Bus, sondern die Bahn fährt zum Bahnhof. Nicht die Katze, sondern der Hund springt über den Zaun. Nicht der Apfel, sondern die Birne fällt vom Baum. Nicht der Lehrer, sondern die Schülerin erklärt das Problem. Nicht der Film, sondern das Buch ist spannend. Nicht der Ball, sondern das Fahrrad liegt im Garten. Nicht der Mann, sondern die Frau trägt den Koffer. Nicht der Tag, sondern die Nacht bringt Ruhe. Der Kuchen schmeckt nicht süß, sondern salzig. Die Blumen sind nicht gelb, sondern rot. Die Kinder spielen nicht drinnen, sondern draußen. Die Vögel fliegen nicht hoch, sondern tief. Die Lampe leuchtet nicht hell, sondern dunkel. Die Sonne scheint nicht, sondern es regiert. Die Straße führt nicht geradeaus, sondern nach links. Die Zeit vergeht nicht langsam, sondern schnell. Die Tür ist nicht offen, sondern geschlossen. Die Suppe ist nicht heiß, sondern kalt. Die Musik klingt nicht laut, sondern leise. Die Blätter sind nicht grün, sondern braun. Die Luft riecht nicht frisch, sondern modrig. Die Wolken sind nicht weiß, sondern grau. Die Stadt ist nicht klein, sondern groß. Die Straßen sind nicht sauber, sondern schmutzig. Die Schule ist nicht alt, sondern modern. Die Berge sind nicht niedrig, sondern hoch. Die Blume duftet nicht süß, sondern unangenehm. Die Farbe ist nicht hell, sondern dunkel. Die Tasse ist nicht voll, sondern leer. Die Pizza hat nicht wenig, sondern viel Käse. Die Katze läuft nicht langsam, sondern schnell. Die Uhr zeigt nicht die richtige Zeit, sondern eine falsche. Die Blume blüht nicht schön, sondern schön. Die Menschen sind nicht glücklich, sondern traurig. Die Stühle sind nicht bequem, sondern unbequem. Die Autos fahren nicht langsam, sondern schnell. Die Schokolade schmeckt nicht süß, sondern bitter. Die Bäume haben nicht viele Blätter, sondern wenige. Die Schokolade schmeckt nicht mehr.